Oh no, ich befürchte Schlechtes. Nein, 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 nein. Ich mag diesen blühen Schleim jetzt schon nicht. Nein, nein, nein! Ah! Ich mag das nicht. Okay, jetzt? Was für jetzt? Wow, das ist ein Kopp. Halt nicht auf mich drauf! Komm nicht auf die Räume drauf zu fallen. Okay, okay, okay. Ah! Das ist extrem. Nein, 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 nein! Verdammt, der Mist. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So ein Schleimpie. Ah! Entschuldigung, ich kann gucken. Normalerweise nicht. Wow! Nein, Mann! Okay, fall einfach um. Fall einfach um und wackel da nicht noch drei Jahre rum. Machen wir Bäm. Los, komm! Bäm! 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 Mann, 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 Mann! Ah! Nein! Hey! Alle guten Dinge sind drei, nicht vier, du! Aber das schlechte Dinge waren, okay, wir waren fünf. Naja. Okay, alle schlechten Dinge sind fünf, weiß ich nicht. Bescheid. Reise aus Riesenrecht, von daher hat er eh nichts, was für heute. Komm, fall einfach um. Komm, bitte seid hoch! Ja? Bistet hoch? Danke! Ich höre wieder Süd. Ba. Da-da-da-da-da-da-da. Habe ich schon das Erdelement? Das kriegen wir aber fix. Wenn es da drei von lightning rundherum gibt.. de, vier Elemente. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da, das sieht aber nicht aus wie Erde, aber egal! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da, das ist lightraaa! Erd-element erhalten! Das Erdelement enthält die Kraft der Erde. Die Quelle allen Seins. Cool. Herzcontain erhalten. Ein Herz mehr oder... Mehr und... Ein Herz mehr und wieder volle Energie. So. Nehmen wir trotzdem mal diesen Topf hier und... Hauen ihn gegen den anderen Topf. Und den hier hauen wir gegen dieses coole Wannverdreh. Cool. So. Grün. Zurück zum Eingang. Gut. Das Erdelement haben wir. Erzähl mir nur dem Ältesten davon. Machen wir das noch. Und danach werde ich erstmal speichern und aufhören. Ich hole mir noch das letzte Herzteil. Das mache ich noch. Das machen wir auch erst bevor wir zu dem Ältesten gehen. Weil ich vermute, dass er uns irgendwo anders entschicken will. Weil Älteste sind so... Ja, weißt du. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Könntest du vielleicht... Hey. Kriegst du jetzt nicht lang? Was soll das? Du brauchst nur eine Frucht des... Nochmal. Ich will jetzt nicht. Nochmal. Du brauchst nur eine Frucht des Tülo-Rianda. Und schon hast du Glück. Wir legen sie heimlich in die Nähe der Menschenhäuser. Wir bereiten uns gerade vor. Ich will ja nur da lang, du Hong. Ich saug dein Ding jetzt da weg. Ich mag das nicht. Ich wollte doch den Herz... Nee, ja. Das Herzteil. Wo ich hier den Herzcontainer kriege. Wie ungefähr. Gehen wir halt außen rum. Wenn das überhaupt geht. Was ich cool finde, dass er so eine kleine... ...kleine Nähnadel in der Hand hat. Und die ist halt für ihn so ein Zepter. Geht dort ein Klack. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bring uns doch gleich zum Gongolberg. Ja, ja. Ich lauf ja schon. Wow. Das ist ein Schlafzimmer. Ja, ich darf das Schlafzimmer. Und ich mach ein Dreckgeschön. Nein. Wir gehen weiter. Wir wollen nicht die Porno-Hälfte des alten Mannes finden. Das wäre nicht so geil. Hier ist nicht so lustig. Größer. Bam. Wow, ich bin wieder groß. Jetzt hole ich mir mein Herzteil. Mein... Was ist das denn? Träger der heiligen Macht. Das Wind des Flügels mögen nun auch dich tragen. Was war das denn? Es ist explodiert. Kindchen, guck mal da. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte es bedeuten? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Ja, ja. Rätsel. Geheimnisse über Geheimnis. Rätsel über Rätsel. Gehen wir wieder zurück. Hey. Ich habe gesagt, gehen wir wieder zurück. Wie komme ich denn zurück? Hey. Nee, irgendwie... Irgendwie ist das komisch. Habe ich hier gerade irgendwas übersehen? Oder muss ich wohl... Naja, als Minish dadurch. Wie doof. Ja, ist ja gut. Können Sie überspringen? Tatsache. Was ist das denn? Cool. Grüne Kleider und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Link, der das Erdelement gefunden hat? Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Item-Befinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind? Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Bombentasche halten. Juhu. Und 10 Bomben gratis dazu. Räume da und alles mögliche aus dem Weg. Danke. Gut. Das war auch nicht als Minish durch, weil wir können das eh nicht, weil da ist so ein großes Meer. Da. Oh mein Gott, ist das groß. Oh mein Gott, ich bin da jetzt durchgelaufen. Ähm. Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Bomben wir das mal weg. Komm schon. Komm schon. Bam. Cool. Wir sind Bomben. Sie ge... Äh, Bomben erhalten. Sie gehören in die Bomben-Tasche. Die tue ich da aber nicht rein. Nein, ich verhalte hier meine Hand. So. Ich will aber jetzt zurück. Wir lassen mich jetzt nicht zurück. Dann kriege ich echt so einen Hals. So. Östlicher Hüb. Wow. Was willst du, Vieh? Mich töten will ich das. Ich vergesse immer, dass es auch solche Viecher gibt. Das hier. Cool. Da können wir auch Minish werden. Machen wir das? Machen wir das? Machen wir das? Machen wir das? Ja, ist ja gut. Ja, das machen wir. Machen wir. Ja, ist ja gut. Sieh doch, dieses Fragment. Hast du so eins schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Wer findet ihr erst? Erst mal heraus. Mäh. Ja, ja, Fragmente. Hat doch einer auch schon mal schwunggelabert. Ey, ich will da durch. Geh nicht. Okay, dann halt nicht. Und wieder groß. Ey. Was ist denn das schon mal? Hier ungefähr. Nein, ich will das doch festhalten, du. So. Meine Fresse. Bam. Okay. Äh. Okay, ich will das nicht. Leks viel. Immer machen die mich kaputt. Halten sie sich für besonders cool. Ah. Ich mich aber auch. Hm. Cool. Ah, 20 mysteriöse Mischeln erhalten. Wofür die auch immer sind, ne? Auf jeden Fall sind sie sehr mysteriös. Das stimmt. Da waren sie gerade. Ihr Viecher. Oh, ihr seid doof. Wird schon nicht geht in den Namen, Herr Bruder, oder? Alles, was fliegt, kann man sich ja schön mit diesem Krug einsaugen. Tot. Ne, ne, ne. Nicht mal. Nicht schon wieder. Können sie knüten bleiben. So. Cool. Ich mag Bomben. Ich bin alles kaputt noch mit Bomben. Das ist so cool. Oh, die Mischlöse Muscheln. Dann bist du wieder zum Wald, ne? Ja, da wollte ich doch hin. Damit ich mein Herzteil holen kann und dann speichern kann. Was wir machen, aber das kriegen wir noch nicht. Und diese Dornen, die kann ich sicher nicht kaputt Bomben, oder? Die sehen nicht wirklich bombbar aus, aber ich probier's auch mal. Jetzt hast du doch gerade nah genug dran. Ich weiß es nicht. Das muss aber nah genug dran sein. Okay, geht nicht. Was ist damit? Sicher auch nicht. Das ist nämlich nicht zerbröselt so am... Ach, naja. Gehen wir mal weiter, 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 weiter. Ja, 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 ja. Du hast mir schon genug erbereitet. Dann kommst du mal an. Das liebe ich ja, ne? Boah, ich hasse dich. Dann gehen wir durch, weil ich mein Herzteil will. Weh, das krieg ich jetzt nicht. Und, und, ja. Was willst du? Was? Will ich mein Herzteil, äh, nicht gönnen? So. Okay, epischer Moment. Herzteil erhalten. Vier Herzteil ergeben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzteil erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Baba! Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal beim Let's Play. The Legend of Zelda. The Minish Cap. Bye, bye.